Uh! Hallo! Oh! Okay, ich hätte durchlaufen müssen. Wo hab ich denn gequicksaved? Hier hab ich gequicksaved. Na gut. Komischerweise ist mir heute total warm. Ich weiß nicht warum. Obwohl es gar nicht so warm ist, aber ich hab heute Nacht mega gespitzt beim Schlafen. Und irgendwie jetzt gerade ist mir auch wieder sehr warm. Fragt mich nicht warum. So, dann rennen wir mal gerade durch. Warum denn nicht? Habe ich das sonst immer so gemacht, oder nicht? Komm, verzieh dich. Willst du mich angreifen? Hoppensch angegriffen. Nein, ich hab doch geladen und jetzt... Bist du doof, oder was? Ich steh dir da irgendwie schief, oder was? Ich raff's nicht. Normalerweise springt man... Ich bin echt gerade ein bisschen... Ah, jetzt hammert. Okay. Ja, das war falsch. Müssen wir wieder hier rüberkommen. Jetzt ist es gut. Da ist der Stein. Und dann können wir jetzt hier hinten in den... ...geheimgang rein. Wollen wir noch quicksafen, weil das ist ein ekelhafter Geheimgang. Hm. 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 Wie ekelhaft er ist. Okay. Lass ich jetzt mal so stehen, ne? So, erstmal... So, fliegen die direkt runter? Okay. I'll put den... Was ist so... Lame. Und wir sind alle... ...dämm... ...ich habe ich schon erwischt. Das ist blind, aber... Und ich weiß ja... Wow! Das wollte ich gar nicht machen! Ich würde eigentlich mein Dings aufmachen, aber entscheidend will das Spiel das nicht. Na gut. Okay, das müsste eigentlich so funktionieren. Aber eins? Oh, das wird knapp. Oh, ich hasse das, ne? Ich hasse Fleischsägen. Und sowas von in dem Spiel. Hallo? Hallo? Oh, sie wurden getötet. So ein Glückskind, ne? Aber manchmal könnt ihr auch einfach da drunter durchjumpen. Na gut. Das ist mir natürlich auch schon passiert. So, jetzt bitte nicht aufhängen. Dankeschön. Ich hoffe mal, dass ich alle gefreundet, äh, alle mitbekommen hab. So, jetzt müssen wir noch, ähm, das Steinschloss aktivieren. Warum lebst du denn noch, Madame? Genau, tötet, tötet es mal. Ich wusste gar nicht, dass man das mit dem Fleisch kaputt schmeißen kann. Oder ich hab's wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. So, Fleischhammer. Ist nun die Frage, ob das noch so lange hält. Ja. Ich bin so ein Horst. Schmeißen sollte man vielleicht auch. Okay, haben wir geschafft. Gleich nehmen wir nochmal mit. Ich glaub, da oben braucht man noch eins. Oh, Rast im Haus, ey. Vögel nehmen wir auch mit. Irgendwo haben wir, glaub ich, zwei verloren. Hier bei den Bienchen, genau. So. Da. Bäh. Ich hol's. Okay, hier war noch irgendwas. Genau. Da müssen wir passend ein Fleisch hinwerfen. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich muss da weglaufen. Keine Schledermäuse. Naja. Aber das zweite Törchen wär schon fertig von sieben oder so, glaub ich. Aber das Behinderstück kommt, glaub ich, noch. So, dann machen wir hier auf der Seite weiter. Ne, von sechs. Sechs Stück sind das. Plus, ähm, oben das eine sind dann sieben. Ah, das ist ein wunderschönes Level. Wunderschön. Wunderwunderschön. 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 Das ging aber, glaub ich, im Originalteil. Ich wollt mich eigentlich nur... Jo. Was?! Okay, da muss ich springen. Warum? Ich muss unbedingt mit Kreis arbeiten. Hallo. Danke. Ich 수� involvement. Gehe. Dass ich mich tot... Ich kann mich da ja nicht hinhocken. Tut mir leid. Also hinhängen. So, möglicherweise... ähm, fliegt da der Slok gleich rein. So. Okay. Wunderbar. Steinschloss hätten wir auch schon... Oh, wenn der da ist, sie juckt. Oh mein Gott. So, und hier ist ein... Ein Slork ist hier. Okay, das hat funktioniert. Jetzt müssen wir noch zurück. Wunderbar. So funktioniert hat es, wie ich es erhofft habe. Yes! Schön! Und mir ist so warm, ne? Ich mag das, wie aus dieser komischen Kugel da diese Sachen rauskommen. Und das nächste Türchen. Ist ja fast wie beim Advent, ey. Oh, ich wollte mir Christstollen kaufen, fällt mir gerade ein. Oh, das ist auch ein sehr unschönes Level. Ah, guten Tag, mein Freund. So, dich können wir hier schon mal erledigen. So, das wär schon mal schön. Und da sind wieder diese... Und da sind wieder diese... Oh, klein! Hallo! Hallo! Kleine Puschelmonsters. Habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Hier kann man sich nämlich ganz gut selbst töten. So. Glockenspiel haben wir denn, das fehlt uns noch. Das Feuer. Hier. Okay. Das war schon mal nicht so gut. Genau das meine ich. Sind sie jetzt alle hinüber? Wenn ja, ging das doch recht fix. Oh, schön. Dann hätten wir das auch. Ich guck mal ein bisschen Energie zurück. Wir haben ja eben bei der einen Flesermaus verloren. Weil ich da gestanden hab. Weg da. Nein, keine Fledermäuse. Aus irgendeiner Tür kommen Fledermäuse raus. Das kann aber auch sein, dass das bei Scribania war, dass ich mich jetzt da irgendwie vertue. Aber, who knows, ne? So. Dann machen wir mal jetzt hier das hier. Und dann das rechts daneben. Hallo. Hallo. Guck mal, ob das noch funktioniert. Nein. Es funktioniert nicht mehr. Konnte mal ein bisschen abkürzen. Vielleicht hab ich keins mehr. Da... Da brauch ich... Lesen ab. Hm. Was? Ich kann das nicht lesen. Oben. Mit... Ringen. Ja, genau. Oh. Hi. Aber du willst irgendwas von mir, ne? Ach so. So. Es verwirrt mich immer ein bisschen, wenn der, äh... sich kratzt. Dann denk ich immer, dass er sagt, äh, äh, das ist falsch. Ja, das lese ich mal noch nicht. Hier oben erst mal bereinige. Hier oben erst mal, ne? Willst du jetzt mich selbst töten? Dankeschön. Ein bisschen Fleisch. So, was steht hier? Vergiss... Nicht... Die... Ja. Genau. Mhm.